Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Überhaupt nicht wahr! Doch! Jetzt gib endlich mehr! Dann nehme ich ihn eben einfach weg! Versuch's doch! Ich krieg' ihn jetzt! Das strengt doch nicht schon wieder. Heute ist doch Weihnachten. Mir ist aber so langweilig. Können wir nicht einfach die Geschenke auspacken? Nein, dann müssen wir noch warten, bis die Engel zu uns sind. Aber wie wäre es? Sollen wir euch noch eine Geschichte erzählen? Oh ja, die Weihnachtsgeschichte! Oh ja, bitte! Ach, die Weihnachtsgeschichte, die ist doch jedes Jahr dasselbe. Die können wir schon in- und auswendig. Aber die ist doch so schön! Na gut, meines Weges! Also gut, dann kann man mit uns noch. Ich möchte Sie aufhören! Es geschah zur Zeit, als er Russ rumregierte. Das war vor 2000 Jahren. Aber Russ war sehr mächtig. Er konnte alles alleine bestimmen und eines Tages wieder eine Idee. Ich muss es wissen. Ich muss einfach wissen, wie viele Menschen in meinem Reich leben. Ich muss wissen, wie viele Steuern ich einen kann. Ich will kriegen, wie viele noch mehr Länder laufen. Und dafür brauche ich Geld. Viel Geld. Und ich muss wissen, wie viele Männer ich zu Soldaten machen kann. Eine Volkszählung, das ist die Idee. In meinem Reich müssen alle Menschen gezählt werden. Ja, das mache ich. Schreibe! Schnell ließ er uns zu seinen Befehl aufschreiben. Und schreibe zu und boten in allen gewisslichen Händen im Lande. Um alle im ganzen Flüssenreich den Befehl zu verkünden. Auch um natürliche Schreitkarten. Auch um die Stadtgarnsarbeit. Für ein Landgarnsarbeit. Für ein Landgarnsarbeit. So befiehlt der göttliche Kaiser Augustus. Alles Eindruck. Männer wie Frauen müssen sich und ihren Besitz in die kaiserlichen Wissen eintragen lassen. Jeder, der im Ort aus seinem Haus in seiner Familie stammt. Es lebt nicht, Herr Eindruck! Unter den Leuten, die den Befehl gehört haben, waren nun der Zornanloser und seine Frau Maria, die schon bald ihr erstes Kinder erwartete. Jetzt, so kurz vor der Geburt, soll ich jetzt nur auf Säulenland reise gehen. Ich war jetzt in der Regel eben nicht klar und dann müssen sie in einen Stall schlagen. Nein. Ja, weil sie nicht so frei waren. Langsam, langsam. So weit sind wir noch nicht. Nachdem wir ein bisschen frei waren, weil wir so so gut über das Geburt gestanden haben, wo man nach einer Zeit auch mit da und wo und da. Wir packen alle in Sachen zwei oder auch nichts. Man machten sich auch vorbeikommen und sich schnell in den Weg. Als Maria und unser ländlichen Wettbewerb ankamen, bündelte es doch auf die Verkäufer. Alle waren gekommen, um sich auch in die Liste des Kaiserskaltereien zu lassen. Von überall wieder kamen die Leute und suchten einen Unterberuf, genau wie Maria und Josef. Wir suchen einen Unterberuf, wir haben wieder zu uns. Unser Kind wird in jedem Wettbewerb gekommen. Das tut mir leid, aber bei uns ist alles voll. Bis unterst da. Ihr müsst es woanders versuchen. Habt ihr den Zimmer um den Weg für uns? Wir sind beide gemütet. Unser Kind kommt bald. Ein Zimmer? Bestellt euch das so hoch. Seht ihr nicht, was los? Alles voll drin. Löffel auf den Mund und in den Kopf stehen. Macht das so gerne aus. Wie gemein. Er schickt Jesus einfach weg. Echt gemein. Mensch, der Weide war noch gar nicht geboren. Das kann der doch nicht wissen. Ich finde es trotzdem gemein. Nein. Ich hätte sie auf jeden Fall aufgenommen. Da hätten es Maria und Josef sicher besser gebraucht. Ab Ende schickt es nämlich jemand in einen Stall. Eine Höhle für die Tiere. Bevor ihr fragt, ihr wollt ein Zimmer, stimmt's? Da kann ich euch leider auch nicht weitergeben. Aber ich habe dort hinten einen Stall. Da könnt ihr bleiben, wenn ihr wollt. In diesem Stall mussten Maria und Josef die Nacht verbringen. Es war eine Nacht wie jede andere. Doch war es eine ganz besondere Nacht. Denn in dieser Nacht wurde der Stall von Bethlehem hier zu worden. Der Heiland. Der Retter der Menschen. Und jetzt kommen die Hirten. Genau. Rings um den Stall gab es viele Hirten. Die hüteten die Schafe und Zwiegen der Leute von Bethlehem. Auch nachts muss die Hirten draußen bleiben. Bei jedem Wetter. Und das Schlimmste war, die Leute mochten die Hirten nicht. Sie seien Betrug da, sagten viele. Den kann man nicht trauen, wie sie ist. Mit einem Mal sahen die Hirten nicht da. Mitten in der Nacht. Engel und Boten Gottes standen vor ihnen. Die Hirten erschraben. Hilft euch nicht. Habt keine Angst. Hört nur, wir verkünden euch eine große Freude. Geht hin auf Bindel und seht selbst. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in aller Krippe liegend. Ehrt sei Gott in der Höhe und bietet auf Erden bei den Menschen sein Zugeweilen. Ehrt sei Gott in der Höhe und bietet auf Erden bei den Menschen. Ich würde dir gern weiter an Engel sehen. Ach was, Engel, die gibt es doch gar nicht. Auf jeden Fall bisher habe ich noch keinen gesehen. Da bin ich mir aber nicht so sicher. Natürlich gibt es Engel, nur haben sie keine Frügel. Sie sind überall dort, wo einer einem anderen eine Freude macht, ihn tröstet, die anderen vertreibt, oder vor ihnen gestritten oder vor Gott erzielt. Als die Engel verschwunden waren, überliegten die Hirten, was das alles zu bedeuten hatte. Habt ihr das verstanden? Der Heilaktore. Für uns, die Hirten, niemand mag. Das wohl stimmt? Lass doch einfach mal selber nachsehen. Ja, kommt. Wir suchen den Stall. Schließlich sahen sie nicht im Stall. Tatsächlich, dort waren Maria und Josef und das Kind. Staunend sahen sie es an, fielen auf die Knie vor dem Kind, das die Welt neu im Grund machen sollte. Erzählt ihr uns alle von den Heiligen Königen? Die konnten doch entlaufen, oder? Das waren doch gar keine richtigen Könige, das waren doch irgendwelche Sternforscher. Und also er wusste nie gar nichts von Gott. Du hast recht, sie waren keine Könige, sie waren weiße Männer, die in Sterne vorstehen. Sie wohnten weit entfernt im Hoagland. Deshalb wussten sie auch nichts von Gott erzielen. Eins aufgedeckt mit den neuen Sternen. Eins aufgedeckt mit den neuen Sternen. Schaut mal, wie er hier her wird. Zeigt mal, wo denn? Tatsächlich, ist der groß. Das muss ein ganzer, unerster Stern sein. Ein Königstern vielleicht. Seht ihr, er bringt es sogar, er wandert auch nicht. Das darf uns nicht folgen. Und so lachen sie sich auf den Weg und suchen dem Stern nach. Sie folgen dem Stern und kamen so nach Bethlehem. Dort hinten, der Stern war im Stall stehen. Sie gingen hinein und schenken dem Kind Kostmann, der Gebäude, Beirau und Mutter. Beirau, was ist das denn? Und nur mehr, das habe ich noch nie gehört. Beirau, sein Buchfluss war als Nummer ein Kostmann zurück. Was, wir haben hier so früh geschenkt? Mein Ehrer hat sich wirklich darüber gefreut? Naja, das weiß ich auch nicht so genau. Aber sicher ist ich gewohnt, dass sie gekommen waren. Und dass sie jetzt endlich mal kannten. Genau, wir hier hatten auch die Schwerbräuter den Weg nach Bethlehem gefunden und wussten, Gott ist vor allem da, auch für uns. Und wir? Wir würden auch zu den Gottes, die das nach Bethlehem gefunden haben. Aber wir sind doch hier in Petersfeld. Ja, wir bleiben hier. Aber wie schon gesagt, wir gehen mit den beiden Volk und Menschen in uns sind. Dann gehe ich jetzt zur Gruppe. Kommt ihr mit? Wo, we frei nach Hausein. Kommt ihr mit den eman Untertitelung des ZDF, 2020